Heute geht es um etwas, was uns in der Vergangenheit immer bewegt hat. Gerade ältere Unternehmer wissen nicht, warum ihr Geschäft auf einmal einbricht. Speicher dir den Beitrag ab und teile ihn mit deinem Team. Die Regeln von Wirtschaft und Regionalität sind auf den Kopf gestellt. Bloß wie kannst du das Problem der Unfindbarkeit bekämpfen? Baue deine Marke, dein Unternehmen in deinem Umfeld regional auf. Such dir dazu einen verlässlichen Partner. Nimm jetzt Kontakt mit uns auf.